Also ich möchte mich nochmal ganz herzlich bedanken im Namen der Gruppe Beschkowski. Ja, wir haben das, der Herr Buchholz war so nett, hat den Namen erfunden. Wir haben das auch als Twitter-Nick Beschkowski, also wenn ihr noch weitere Infos haben wollt, geht auch auf unsere Facebook-Seite. Das findet ihr alles irgendwie im Internet, seid ihr nicht doof. Nicht so wie andere Leute hier, die hinter uns hier im Sonnenkönig drohen. Und ich hoffe, dass ihr ein bisschen was mitnebt nach Hause, was doch nicht alles so scheiße ist, wie der Beschkowski schreibt. Und dass wirklich unser Neukölln ein anderes Neukölln ist, als da beschrieben wird. Und ich möchte mich echt herzlich bei euch allen bedanken, dass ihr heute gekommen seid. Danke.